Rufen Sie auf und helfen Sie uns mit Ihrem Unterstück. Viel Dank. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, hier auf dem Marktplatz in Offenbach, liebe Offenbecher, liebe Offenbecher, hier steht der Mindestlohntrack der Gewerkschaften Verdi und NGG zur Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns in Deutschland. Besuchen Sie die Ausstellung Arm trotz Arbeit, eine Ausstellung zum gesetzlichen Mindestlohn in Deutschland. Und helfen Sie uns mit Ihren Unterschriften für die Aktivitäten der Gewerkschaften Verdi und NGG zur Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns. Danke.